Mutti, ich werde einkaufen. Ich sage mal, Eigentum verpflichtet und ich fühle mich heute sehr verpflichtet. Alles zu hier. Manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech. So, gekippt ist jetzt Pergamentpapier auch getan. Frauen ohne Schmuck sind doch viel schöner. Irgendwie viel natürlicher, ne? Finanzkrise. Wird ja niemals ein Instrument klauen, ne? Wir sind ja total mit ihrem Besitzer verwachsen. Das ist so richtig eine Einheit, ne? Das ist so richtig. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Dann gehe ich weiter. Das ist so richtig. Untertitelung des ZDF, 2020